Seit Juli 2019 gibt es in Georgien ein neues Kryptowährungsgesetz. Das heißt, in Georgien sind Kryptowährungen jetzt offiziell reguliert. Und in diesem Gesetz stehen auch wieder sehr, sehr unternehmerfreundliche Dinge drin und halt auch einfach generell freundliche, kryptofreundliche Punkte. Zum einen ist es so, dass Privatpersonen in Georgien, wenn sie Einkommen über Kryptowährungen, über den Handel oder den Tausch von Kryptowährungen generieren, das komplett von Einkommenssteuer befreit ist. Zum anderen wird der Standort Georgien auch jetzt sehr interessant dadurch für Mining-Unternehmen. War er vorher schon, weil in Georgien sehr, sehr günstige Energie vorhanden ist. Das heißt, du kannst hier sehr, sehr günstig Strom einkaufen. Ich rede hier, es kommt natürlich immer darauf an, die Preise können sich verändern, aber zwischen 6 bis 7 Cent pro Kilowattstunde. Das liegt daran, dass du zum Beispiel hier keine EG-Umlage hast wie in Europa oder sowas. Es gibt einfach kaum Steuern und die haben extrem große Wasserkraftwerke hier. Also Georgien ist einer der Vorreiterländer. Die sind komplett eigentlich fast, zum größten Teil machen die alles aus erneuerbaren Energien. Das, was Deutschland schon lange versucht oder jetzt sich auf die Brust geschrieben hat, das zu machen, hat Georgien schon lange umgesetzt und ist ein Vorzeigeland in diesem Bereich. Hat aber so viel Energie und produziert so viel Strom durch diese Wasserkraftwerke, dass es einfach ein Überfluss da ist und deswegen dieser Strom so billig ist. Und wie du weißt, Mining funktioniert über Rechenpower. Das heißt, die Computer brauchen Strom und es macht keinen Sinn, Mining zu betreiben im Land, das extrem teure Stromkosten hat und einen sehr, sehr hohen Strompreis. Und dafür ist Georgien halt ein sehr, sehr guter Standort. Und jetzt mit diesem neuen Kryptowährungsgesetz, dort stehen auch sehr, sehr viele Sachen drin, dass zum Beispiel auch der Handel oder der Umtausch von Kryptowährungen keiner Mehrwertsteuer unterliegt. Es gibt hier verschiedene Punkte, die halt auch für Mining-Unternehmen jetzt hochspannend sind. Wenn du dich dazu zählst, können wir dich da auch betreuen und können dir da helfen und können dich an die richtigen Leute auch bringen und können da selbst auch aus eigener Hand von Goodball Matrix dir verschiedene Optionen präsentieren.